Hallöchen und willkommen zurück zu Roguebook in der Pre-Order-Demo-Version. Wir gucken uns gleich mal hier den Händler an, was der uns für 100 Gold so mitgeben kann. Wow, man kann die Hand mit Däggern vollstopfen, das ist heftig. Das ist nicht verkehrt. Ja, für 100 nicht unbedingt so gut. Sieben Block könnte man mitnehmen. Ja... Ne, das ist nicht so interessant, momentan für uns zumindest. Komm, lass uns gleich mal den ersten Kampf machen. Was haben wir hier in den Tabern für Gegner? Okay, jedes Mal kriegt er 10 Amor. Hm. Das ist jetzt nicht unbedingt so gut für uns. Den behalten wir uns noch in der Hinterhand. Ja, das brauchen wir eigentlich hier nicht weitermachen. Warte, was, was haben wir eigentlich hier? Ah, ja, jedes Mal mit Gegner, bla bla bla, hier, ja, gut, passt, ne. Muss nicht so... Der hat uns angegriffen? Hm. Ein Major-Debuff kommt. Das ist auch nicht sonderlich problematisch. Wir lunschen einfach mal und... Geben mir ein bisschen Bleeding mit auf den Weg. Schade, dass wir den hier nicht mehr benutzen können jetzt. Hm. Ähm, wir switchen trotzdem mal. Ah ja, okay. Hat nicht... Hat nicht so ganz. 37 würde er jetzt zuhauen. Uiuiuiui. Uiuiui. Okay. Wir verdoppeln die Blutung erstmal. Mehr als verdoppeln. Ja, weil er ja auch noch 4 dazugibt. Stimmt, da war was. Ähm, hm. 37 ist schon ein bisschen heftig, aber das ist auch nur, weil er 50% mehr Schaden kriegt. Das heißt, nochmal 21, 22 um den Dreh. Hm. Ach. Das ist jetzt ein bisschen... Bisschen mies. Hätte ich jetzt einen mehr, würde ich den hier machen und mich da nach vorne drücken. Aber... Dann machen wir das so und drücken uns nach vorne. 25 Damage, komm. Alter Lachs. Dann kriegen wir 20 aufs Maul. Ungut. Oh, ich saß ungut. Hm. Wir können auch nicht nach hinten. Aber er macht ihr kein Damage. Er wird keinen Schaden machen. Oh, ich hätte ihn dann eben sollen, ne? Hm. Hätte ich das mal gemacht. Scheiße, jetzt habe ich einen Block raus... Fuck. Ach, aber genau, den wollte ich sowieso behalten. Okay, er stirbt, wenn wir insgesamt 14 Schaden rausknüppeln können. Ja, gut. Oh, oder wir machen das einfach so. Bast. Mit Blutung umgeklatscht. Also in der Welt ist das scheinbar alles ein bisschen militärischer angehaucht. Kann das? Was wird aufgedeckt? Oh, nochmal ein random Ding. Oh. Das hier ist ein Elite-Kampf. Hm. Dann lass uns mal das so aufdenken. Wow. Was ist mit ihm? Was hat er gemacht? Was ist... Was war das? Fuguru, der Dieb? Er hat mir ein Item geklaut. What the... Wow. Sauerei, oder? Was ein Spagod. Ich kann hier nicht rüber. Fuck. Okay. Wir transformieren mal eine Karte, ja? Hm. Und zwar... Ja, den hier. Wir könnten... Wir könnten... Uff, das ist jetzt aber nicht so prickelnd. Na ja. 19 auf alle. Hm. Hm. Oder 21 Block. Oder 16. Ja, komm, mach mal so. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das noch ändern hätte können. Was ist das denn? Oh man. Das könnte etwas problematisch werden hier. 5 Bleed? Komm, wir lassen den mal bluten. Ja, das ist eigentlich wurscht. Ah, war nicht wurscht. Aber wenigstens kann er dann tanken. Oh, das ist... Fuck, und wir können nicht... Wir können nicht nach hinten switchen. Oh, kacke. Okay, das heißt also, Shara wird sterben. Ah, fuck. Egal, was wir machen. Da kommen wir nicht mehr raus. Ich könnte... Allerhöchstens einen... Einen Angriff halbwegs abwehren. Na, warte mal. Hier, das müsst ihr doch triggern. Oh. Nice. Immerhin. Das kann man aber trotzdem 45 schaden. Fuck. Toll. Wir kriegen hier gerade über 20. Also, er dreht wirklich auf, da hinten. Er dreht auf. Und wir kriegen wieder 25 Damage reingedrückt. Und wir kriegen wieder 25. Hm. Okay. Er stirbt. Das ist nice. Und die 25? Ja, es ist okay so. Hat nichts mit dem spanischen Wort für Käse zu tun. Ah, sieben Damage haben wir gekriegt. Gut. Wir heilen uns. Halt, Moment. Das war der Dagger. Ist auch okay. Wir behalten den mal. So. 22 Schaden würden rumkommen. Natürlich nur, wenn wir nicht switchen. Das müsste dann eigentlich so reichen, wenn wir den hier raushauen. Und dann den. Jo. Passt genau. Wenn ich das habe, wenn wir den Dude weggepackt, in der jede Runde stärker wird. Nice. Dann können wir hier noch. Warte mal. Dann lunchen wir nach vorne. Das ist okay, denn wir könnten hier wieder switchen. Ist das aber dann erstmal. Noch mal 11 Damage? Ne. Wir holen uns Block und Block. Können wir wieder Bleeding raushauen hier. Nice. Oh, zweimal Bleeding. Ne. Nur einmal Bleeding. Oh doch, warte mal. Zweimal Bleeding. Kommen wir nämlich hiermit wieder zurück. Nice. Ast rein. Hat der gerade gerülpst? Alter Lachs. Opposite Directions. Eigentlich will ich schon gerne hier in die Richtung. Was wird uns hier aufgedeckt? Ah. Ja gut. Diese Random Dinger hier. Die sind scheinbar jedes Mal dafür gut, irgendwas von Interesse aufzudecken. Also hier einen Kampf oder sowas. Ich weiß nicht. Was hast du denn hier noch für uns? Teamwork. Zehn Block für einen. Ah. Ah, warte mal. Hier ist ein Melee. Da steht extra Melee drauf. Oh. Ja, dann nehmen wir doch das hier. Dann zwiggert er auch das Ding endlich mal. Ja, dann ist das doch nicht so overpowered, wer das Spezialkarten braucht. Wir packen das mal hier raus. Ja, passt. Normaler Kampf. Zwei Dinger. Also es kommen 30 Damage durch. Dann sorgen wir hier für ein bisschen Bleeding. Dann für noch mehr Bleeding. Dann würden wir hier 16 Schilde noch dazukriegen. Nice. Zehn Damage hätten wir da gemacht. Wow. Na gut, aber die sind eigentlich gar nicht mal so. Kriegt er da wieder 30 dazu? Nee. Dann können wir da wenigstens ein bisschen Schaden reinhauen. Wäre natürlich deutlich effektiver, wenn sie vorne gewesen wäre. 18 und 7 ist nicht verkehrt. Moment, wenn wir jetzt hier 8 Damage machen, passt perfekt. Wir haben nur 4 gemacht. Wie komme ich denn auf 8? Auch weil wir 8 geheilt haben. Oh, ich bin doch auch vollidiot, ne? Also manchmal ist das echt Banane mit mir. Fuck, wir kriegen jetzt ordentlich aufs Maul. Crap. Alter, wir wehren nur 7 ab. Autsch. Das ist mies. Okay, der vordere blutet aus. Beim hinteren bräuchten wir noch ein bisschen Schaden. Hm. Ja, wir machen das aber so. Ah, das ist auch... Ah, das ist nicht... Das ist nicht das Optimale. Na gut. Er steht auf jeden Fall. Wir haben auch keine Karte, die uns jetzt noch heilen würde. Also. Raus aus dem Kampf. Wir sind echt... Echt nicht gut beieinander. Wow. 5 Dinger. Jedes Mal, wenn einer Schaden kriegt... Das allererste Mal im Kampf... Ziehen wir eine Karte und wir kriegen eine so'n... Na, wie heißt's? Komm, das Wellen... Das nehmen wir hier. Oder hier? Wir nehmen's hier. Willenskraft oder wie auch immer. Toll. Komplett zugeballert. Oh, hier gibt's aber einiges. Stack of Pages. Stack of Pages. Danke, danke. Dann mach hier mal genau ein bisschen mehr sichtbar. Nichts zum Heilen, aber immerhin Kohle. Was ist das denn? Mit einer Single-Tech. 15 Damage. Boah, das könnte... Kompliziert werden. Das sind noch mal 7 Block. Ja, nehmen wir mit. Oh. Wir hatten hier wieder was. Also. Jedes Mal, wenn sie Schaden kriegt, kriegt sie ein Courage. Uh, jeder Angriff, den er die erste Runde macht... Also, jeder erste Angriff, jede Runde macht 3 extra Schaden. Oder... Äh... Den Headstart hab ich das letzte Mal genommen, aber wir nehmen jetzt wirklich hier extra Schaden. Und dann... Sollen wir hier versuchen hinzukommen? Oder doch lieber... Ach, das ist beides nicht so prickelnd, ne? Damn! Komm, wir machen das einfach so. Möchtest viel aufdecken. Oh ja, Heilung, danke. Möchtest du jetzt noch? Was hast du jetzt noch? Sieben Block? Hm... During the next... During the enemy's next turn, each time an attack is fully blocked at a dagger. Oh, auch nicht verkehrt. Zwei Garten ziehen und dann... Oben drauflegen, oder? Na ja, komm. Klein bisschen defensiv kann man schon... Kann man schon machen. Wir decken hier noch auf. Alter. Wieso kriegen wir denn keine normale Kämpfe? Dammit. Dann sind wir jetzt echt gezwungen. Scheiße, den Elite-Kampf zu machen. Fuck! Ja, ich glaub, das wird nix. Alter, immerhin ist der wieder animiert. 20 Erdnüsse? Oh, jedes Mal, wenn er 20 Schaden bekommen hat, holt er einen Dude. Okay. Wir können uns heilen, auf jeden Fall. Das ist nicht verkehrt. Ja, komm. Wir heilen uns gleich mal. Ich hätte eher den da zuerst spielen sollen. Fuck. Wieso kostet das null und das... Achso. Das ist dieses... Die Rose. Ja, gut. Dann hauen wir den doch weg. Ah, stimmt. Und jedes Mal, wenn wir einen umhauen, kriegen wir das Ding. Hm. Den Block brauchen wir nicht. Und das würde auch nur 10 Damage machen. Nee, dann nehmen wir doch jede über 15. Und er pennt jetzt noch. Komm. Hau mal hier drauf. Zack. Zack. 7 Leading. 38 Damage. 38 Damage ist nicht wenig. 10 Schaden, 7 Block. Und dann könnte ich nochmal 11 Block dazu holen. Und den hier angreifen. Hat der... Nee, ich wollte gerade sagen. Hat sich der voll gehalten? Nee, hat er nicht. 38. Nee, dann machen wir das so. Hat er schon mal 20. Und das war's dann jetzt auch. Scheide, dass das unser Buch geklaut worden ist. Sonst hätten wir eventuell den Bleeding... Die Bleeding-Karte beibehalten. Ah, das geht nur auf den vordersten. Das ist scheiße. Damn. Machen wir trotzdem das Einzige, womit wir Schaden machen können. Heilung... Nehmen wir auch mit. Komm, ziehe noch eine Karte. Lunch. Nee, wir müssen... Wir müssen verteidigen. Okay, es kommt kein Schaden durch. Aber wir sind... Oh, völlig geschwächt. 57 wird das jetzt machen. Wow. Alter. Hm. Nee, wir müssen sie als Tank nach vorne klatschen. Das heißt auch... Ähm... Das ist schon schon nach vorne. Okay. Das auch. Dann sollten wir... Den Guard nehmen. Smokebomb. Und uns dann nach vorne begeben. 23 werden geblockt. Er macht immer noch 38 Schaden. Wow. Alter Lachs. Ja, tut weh. Das sieht nicht gut aus. Ach, und der ist wieder im Weg. Nice. 20... 44. Sehr gut. Ah, ja komm. Wir hauen hinten drauf. Der pennt ja nächste Runde auch noch. Wow. Auch Blutungsschaden lässt die da erscheinen. Uhuhuhu. Ah, wieso... Fuck. Jetzt würde ich seinen Feueratem gut brauchen können. Oh. Das kostet nichts. Er macht 36. Uff. Okay. Folgendes. Wir hauen den ersten Mal weg. Vier. Unser Drop halt so scheiße ist. Fuck. Das ist aber nice, dass seine gerufenen Sachen uns auch... Äh... Karten geben. Den hätte ich gebraucht vorher. So. 36. Damage kommen durch. Eigentlich sollten wir alles mögliche an Block aufwenden. Da könnten wir immer noch zweimal Messer werfen. Hm. Komm. Noch mehr Bleeding und dann wird hier... Ein bisschen... Oh ja. Was macht das? Fortitude. Ach so. Ja. Er kriegt extra... Extra Defense. Gut. Wir haben vier. Das heißt, wir könnten... Ja. Komm, machen wir so. Oh, das kostet jetzt auch weniger. Wir kriegen nichts. Aber wir machen 10 Schaden. Nice. 41. Das blocken wir komplett. Das heißt, er stirbt nächste Runde. Auf jeden Fall. Plop, 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 plop. Ich möchte noch gucken, ob ich irgendwas ziehe. Das uns hilft, zu heilen. Nein. Nope. Haben nichts gezogen, was uns da noch weiterhilft. Schade. Aber immerhin haben wir den Kampf hinter uns gebracht. Nice. Zwei Spirit? Ah, okay. Das ist ein Kartendingsbums. Dann einen Pinsel. Drei von den Dingern. Was haben wir denn? Ja, wir haben doch bestimmt irgendwo hier... Ja, den Mentor haben wir, aber... Ja, hilft nix. Packen wir dazu. So, jetzt haben wir noch einmal den Pinsel. Ja, ja, den benutzen wir hier. Damit wir noch zu dem Kampf da unten kommen. Oh, Heilung. Nice. Was hast du? 25 Attack. Angreifen und blocken. Ja. So, noch in einem normalen Kampf. Da können wir uns immerhin hochheilen. High five. Das ist von ihr. Das heißt, er müsste zuerst angreifen. Oh, was macht das da? Destroy this after attack. Was, was meint ihr denn mit this? Wenn wir ihn angreifen, explodiert es oder? Keine Ahnung. Wir hauen trotzdem mal hier vorne drauf. Dann haben wir Courage bekommen. Dann holen wir uns... Naja, das brauchen wir gar nicht wirklich. Aber zu. Nehmen das jetzt. Und holen uns noch ein bisschen mehr Defense. 29, passt. Oh, da ist noch einer da auch vorbeigekommen. Uh. Okay, der braucht einen Schaden auf jeden Fall. Alter. Gehen wir ein bisschen Courage. Äh. Fuck. Wir kriegen keinen Schaden da rein. Damn. Da müssen wir den hier verschwenden. Fuck. Okay, wir könnten auf jeden Fall ihn noch nach vorne switchen. 20 Schaden müsste der aufhalten. Das wäre hier mitgetan. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Äh. Ja doch. 21 kriegt er. Nice. Puh, er macht 50. Damn. Jede Runde kommt eine von denen oder was? Nicht so cool. Okay, wir könnten sie voll heilen damit. Fuck, er wird uns ordentlich Damage machen hier. 50. Kriege ich den Tod? Ja. Aber dafür müsste ich hier mit beiden angreifen. Ah, wir kriegen ihn dann. Ah, fuck, wir kriegen ihn nicht tot. Jeez. Damn. Da fehlt uns ein Angriff. Fuck, der macht 50 Damage. Fuck. 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 Ist das ein Liebte-Kampf, wo wir reingeraten sind? Ich habe hier irgendwas, was uns eine Karte drawen lässt. Ach, fuck. Ich glaube nicht. Ah. 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 Okay. Der ist weg. Ich muss ihm auch irgendwie Schaden machen. Damn. Aber wie? Wie soll ich das denn mit den Schaden machen? Der kriegt jede Runde neuen Schaden. Toll. Fuck, ey. Das ist das Miese, dass der hier nur auf den Vorderring geht. Toll. Das kriegt der hintere zwar 18 Schaden, aber eher hier. Hier. Reicht genau. Reicht genau nicht. Reicht. Ach, scheiße nein. Ich habe keinen Saft mehr. Fuck. Fuck. altert die dritte welt ist echt heftig high five ich glaube nicht dass das noch was wird aber dass du wirst wieder sterben mein junge erst rein 50 15 aus maul gekriegt und jetzt können wir nicht mal mehr wieder blieben das war's das war's ich könnte hier ein bisschen war schön war schön was er ist doch verreckt wie das denn ja aber jetzt ist wirklich sense toll die wunde gezogen erst rein naja der explodiert mir mit 50 rein bei der dauerung bei der dauerung aber wir kriegen hier erfahrungspunkte und schalten neue sachen frei was war das denn hat ihr das auch gehört was aber das war neue karte lied acht angriff und für jeden alliierten den wir kontrollieren drei der mit extra jedes mal wenn irgend ein held angreift drei block ich war schön interessant progression ist ah ja da sieht man den fortschritt bei dem perk tree dafür sind die da ja gut das machen wir jetzt noch extra gold extra das braucht zehn das auch 100 gold wird die nächste stufe für 50 gut dann machen wir hier noch was wir was wir hinkriegen das braucht auch zehn alles naja fast dann geht es nächstes mal mit einem anderen helden zur sache wir gehen einfach der reihe nach also nehmen wir den die nummer 2 die wir zur auswahl haben nicht die schildkröte sondern das andere ding also wir sehen uns hoffentlich nächste folge macht's gut bis dann ciao